Hallo, heute beginnen wir ein neues Pokémon zu basteln. Ich sag euch jetzt doch was. Es heißt Clike. Ein neues Pokémon von der Serie. Ich zeig's euch, wie man es bastelt. Seid ihr fertig? Zuerst müsst ihr ein Oval wie ich zeigen. Das ist der Körper. So wie hier. Als nächstes sollt ihr zwei Dreiecke darauf malen. Das sind die Uhren. Seid ihr es jetzt? Das sind die Uhren. Weiter geht's. Mal jetzt eine Kugel oben. Oben rum. Das ist der Ball. Hier hab ich. Hier hab ich jetzt den Ball. So weiter geht's. Wählt euch einen Schwanz aus, der richtig ist. Na, was meint Chiki? Diesen Schwanz hat Kroing. Nimm den da. Malte ihn schön. Auf das Pokémon. Jetzt zieht ihr den Schwanz. Malte schön weiter. Malte ein paar kleine Hände. So wie ich es tue. Malte jetzt zwei weitere Ovale drauf. Das sind die Augen. Jetzt sieht ihr es. Jetzt malt das Pokémon schön aus. Malte alles vom Pokémon grau an. Aber die Kugel soll schön pink sein. Nimm den grauen Stift. Und malt da drauf die Farbe auf Späum. Und malte das Pokémon schön grau aus. Jetzt zieht ihr mein Pokémon. Jetzt schneidet es mit der Schere aus. Schneidet das Pokémon einfach ganz gründlich aus. So wie ich. Schneidet zuerst den Schwanz aus. Dann den anderen Körper. Jetzt ist es fertig. Jetzt könnt ihr auf dem Kampf mit ihm spielen. Oder auf dem Spielplatz. Ups. Meine Bastelzeit ist vorbei. Aber eure hat erst noch begonnen. Wir sehen uns. Man sieht sich. Ich räume nur noch alles auf. Und zöpere alles in die Kiste zurück. Frau Farina. Na, 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 na. Frau Farina. Ich freue mich was. Das ist das côk bliss losz. Wir sehen uns jetzt. Dassel. Das war es. berier. Das war Ihnen. Untertitelung des ZDF, 2020